Hallo Hallo Ich bin ein Polizist Ich möchte dir helfen Zu verstehen Ich komme nicht so toll Oh scheiße Nein Das ist doch nicht hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge aber spd fahrer mit mir dieser games ja wir spielen jetzt immer ein wenig in der wüste von sandy shores auf unserem kleinen motorbike hier fahren wir jetzt patrouille und haben hier ein paar wachsächte hohe billies kann man den kontrollieren eigentlich vielleicht ohne gleich die waffe ins gesicht nur elektrische hier hallo ihren ausweis keep on suspect ja näher ich möchte ja eigentlich kontrollieren da kommen du bist es nicht wert wir fahren mal weiter mit unserem motorrad so hoch ich möchte gerne hier ausmachen so oder flüchtet aber ich muss hier kurz moment wart wir müssen ihn kurz festnehmen beziehungsweise das sieht jetzt keiner wir haben jetzt ein bisschen back getriggert moment vollkommen so wir haben jetzt gerade back getriggert und zwar hat er ja nichts gemacht aber da dass das eigens auf der map wäre ein bisschen blöd so wir haben einen satz driving ammo ein bisschen helikopter und ein bisschen state patrol und ein bisschen local patrol und was weiß ich noch alles und wir fahren auch hin so komm wir bleiben aber glaube ich mal ein bisschen hinten oder weil wir haben motorrad und der fährt amok das ist da nicht so gut der ist dahinten wir müssen mal eben von der autobahn von dem ding hier runter oder mal hier so zack so wir sind unten hoch oh gott da hinten ist er der fährt in dem wein hoch nein 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 der fährt in dem fucking weinwurt ding wir halten aber mal abstand und holen glaube ich mal ein bisschen spot ist mir ein bisschen zu riskant bleiben hinten erfahr mal wieder vor also ich muss noch eine special gottmode weg geben hier warte mal so da war 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 so jetzt immer mal verbunden war ja so da hinten ist ja ich würde sagen wir machen mal eben hier was kaputt hey 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 okay wir brauchen einen krankenwagen brauchen rtw so die steige zu voraus oder es gibt bleiben sie stehen hey ah mein becken aha aha wir haben wir haben mir wehgetan kommen sie jetzt her hat sich eingeklemmt kommen sie jetzt ok hat sich erledigt so den ziehen wir mal raus sie haben ein becken verletzt so wir holen für den hier mal den gerichtsmediziner und für den anderen herren der müsse da hinten irgendwie liegen neben meinem bike na super das klauen gehen sie mal bitte von meinem bike hier weg über den holen mal was holen wir jetzt für den bei jetzt haben wir den bug ah hier press 8 perfekt geil dann wollen wir hier wollen transporter was so jetzt hat er jetzt hat er gar keine handschirme an dass der hier es ist ja perfekt so sie kommen mit ohne hier irgendwie stress zu machen was heute fahren wir eben das bike ein bisschen vorne müssen wir nicht mehr nach hinten gehen wir fahren dann mal hier hin und holen dann für den hier noch ein tow truck ein abschleppwagen so ja hat schon ein paar schäden naja der fahrer ist tot bei der beifahrer wird auch seine gerechte strafe bekommen wir sollten vielleicht ein bisschen weg fahren mit der abschleppwagen durchkommt und gleich hin komm schleppen sie ab okay gut wir fahren mal da wieder rechts vorne rechts so ja missing person das ist interessant fahren wir mal so hin spawn code 2 genau missing person wo ist denn die vermisst worden alter ok mal gucken was da los ist So was hat man glaube ich noch nie Aber interessant Fahren wir mal ein bisschen schneller hin Weißt ja nie was der Person zugestoßen ist Vielleicht braucht die jetzt irgendwie ärztliche Behandlung oder so Das wäre ja nicht das erste Mal Dass eine vermisste Person Vielleicht irgendwie gestürzt ist Und jetzt in Lebensgefahr schwebt Oder vielleicht auch schon leider tot ist So Muss ich jetzt hier suchen oder was In dem Gebiet I'm in the area code 6 Ja das ist schön Ich soll jetzt in dem Gebiet suchen Na mein gut Waren wir halt mal ne Na gut so rüst ist das Gebiet auch nicht Ich dachte es wäre ein bisschen größer Solange das mir angezeigt wird Wenn ich vorbeifahre ist alles in Ordnung Wir sind parier Ich störe euch mal nicht weiter Hallo kannst du mich hören vermisste Person Hallo Hallo Ich bin ein Polizist Ich möchte dir helfen Ich komme nicht so toll Oh scheiße Nein Nicht nicht Nein das ist doch nicht Jetzt doch nicht Mann Alter Nein Oh fuck Alter What the fuck Okay wir suchen mal weiter ne Na gut da oben war es auf jeden Fall nicht Oh fuck Da Ne das sind die Rehe Boah das Gebiet ist viel zu groß Mit dem Helikopter würde ich es schaffen Aber ist okay Aber nicht mit dem Bike alter Man kann man jetzt im Bike Ansonsten würden wir da gar nicht hochkommen Alter Wie weit sich das streckt Ja ne hier liegt's ne 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 hier liegt's ja Eide So Ui Komm da komm ich jetzt hoch So Dann fahren wir hier mal Wie nice das aussieht Alter Sind wir da oben Ich möchte aber noch gerne hier irgendwie Hoi Hier mal gucken Wollen wir mal hier runter fahren Oh Gott Nicht so schnell Nicht so schnell Nicht so schnell Nicht so schnell Boah So Kann natürlich auch auf den Schienen Liegen Toll How to Leg aufs Maul Kann sich auch hier auf den Schienen liegen Eventuell Weil hier ist auch schon das Gebiet vorbei Vielleicht auch auf der Seite hier vom Weg Vielleicht liegt die hier irgendwo Kann ich nicht Backup anfordern Vielleicht irgendwie Local Patrol oder so Meine potenzielle Gefahr überfahren Oh Gott Ja Ich bin aber nicht die potenzielle Gefahr Alter Was ist das denn Unglaublich Nein Alter Ich suche in dem scheiß Gebiet Und wieder fährt hier alles mögliche Komm Jetzt Nein 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 Ach leck mich doch Ganz ehrlich Hier so da Keine vermisste Person Oh Hoch No further units required Ja Sehe ich nämlich auch so hier No further units required Ich voll kann mich mal am Arsch lecken Alter So Mein Gott Alter Nee Nee Bist du in progress? Da hü? Okay Wir schließen uns an Und holen er support und state patrol So St. Kudo River Oh warte da kommt der grad vorbei Ey bleiben sie stehen Nein Nein Der ist ins Wasser gefahren Au Bleiben sie sofort stehen Hier ist die Polizei Ich glaube der trinkt gerade erfolgreich Hallo Hallo Wir sind beide tot Beide Insassen des Fahrzeuges sind ertrunken Wir brauchen einen Abschlepper Ruf mal eben Ja wir brauchen einen Abschlepper Mal gucken ob er abschleppen kann Leider sind sie zum Leben gekommen Ja ihr könnt ihr könnt abbrechen Die sind tot Hallo Abbrechen jetzt Hallo Ich könnt abbrechen Ja ok Brecht halt nicht ab Ok mach ruhig weit Was macht ihr denn da Weil kann ich auch Hier Junge Junge Wir machen jetzt die Polizeidiskur Yo 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 Scheiß auf Arbeiten Wir machen Party Yo Yo Hi Leute Bis tot Yo Alter Das gibt's doch nicht Ja gut der Abschlepper kommt auch nicht Ich glaube wir müssen wir müssen mal ganz kurz Äh Weil wir uns die Mission weiter verbuggt Müssen wir mal ganz kurz uns ne Waffe geben Das Ding zu zerstören Äh was sind die SNS Pistole Was ist das Das ist die Billy Knarre Ach keine Ahnung Huch nein Ich möchte jetzt hier den Raketenwerfer Was macht der da hinter mir Äh Raketenwerfer 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 Wo bist du Mein Gott sind hier viele Sachen Genade Komm Tut's auch Alle mal bitte weg gehen Komm gehen sie bitte weg So Ich glaub das hat funktioniert Jetzt können wir nämlich wieder hier Äh Ja ne weißt du Können wir hier wieder weitermachen So Wir fahren mal wieder nach Was denn hier passiert Okay Da müssen wir uns mal kurz drum kümmern Ich denke mal Dass er nicht mehr lebt Musst du ihn abtasten Ne Lebt nicht mehr Wir geben dennoch noch kurz den Gnadenschuss Falls er dennoch lebt So Was denn Hallo Crime Scene Würden sie bitte nicht weiterfahren Danke So wir brauchen hier einen Corona Ähm Ähm Hallo Ihr steht auf der Leiche Da kommt Blut raus Und Hallo Oh Gott Ey 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 Gibt's doch nicht alter So komm fahren sie bitte weiter Und wir fahren jetzt auch weiter Äh We move'n das alles hier mal Diese steigt denn jetzt wieder ab hier Ist er behindert So Reckless driver Nehmen wir an Hier so zack Oh fuck Hat keiner gesehen So So Local Patrol State Patrol Und glaube ich noch ein paar bisschen Nuss Hier So Boah ist das schnell Okay dann schließen wir eben scharf die Reifen kaputt Sonst kommen wir da überhaupt nicht dran Oh Gott Oh Gott So komm Oh der hat der hat der krasse Karre Da sollten wir schnell agieren Zur Not auch auf den Fahrer schießen So ein Reifen ist schon kaputt Das ist gut Er hat seine Reifen ein bisschen geschützt hier mit so einer Kappe Wir sind aber dran Kommen sie jetzt her Bleiben sie jetzt stehen Sie haben keine Chance Warte ich musste mal eben hier So und jetzt zieh mal raus Komm Komm sie wissen auch selber dass sie keine Chance haben Müssen wir jetzt hütliche Gewalt anwenden Ich schließe gerade die Heckscheibe kaputt Oh Gott Ah Nein nicht überfahren Ah nicht über den Kopf fahren Bleiben sie jetzt stehen Aua Oh oh Nein Aua Aua Ey mein Hut Scheiße Oh danke dass sie mich gedreht haben Okay wir werden jetzt kündliche Gewalt einsetzen Sie haben sich der Verhaftung widersetzt Und haben einen Officer überfahren Beziehungsweise ich werde das dennoch noch auf die Reifen schießen Bleiben sie jetzt sofort stehen Komm Okay jetzt ist sie getasert glaube ich Und die wurde gedreht Komm sie haben keine Chance Jetzt So Huch Bleiben sie jetzt stehen Polizei Polizei Bleiben sie jetzt sofort stehen Danke Gehen sie sofort auf den Boden Auf den Boden Gibt's doch nicht Ja Unglaublich So Alter Was machen die denn da Hallo was machen sie da Gehen sie bitte vom Tatort Verdammte Waffe So Jetzt nicht mehr Okay Wir brauchen doch ein alter Jetzt lassen sie doch die Frau In Wir brauchen auf jeden Fall Da ist jemand hinter Anni das ein Polizist Okay Ach die stehen dahinter in Deckung Oder was Hold down H Ah guck mal So komm Nehmen sie die Frau bitte mit Hier ist nur Chaos Und hier brauchen wir noch einen leichten Wagen Ey lassen sie bitte den Mann hier in Ruhe Ja Ist dennoch ein Ein Lebewesen Oder ein Mensch Den man gut behandeln muss Ja Würde sagen Sie pushen jetzt hier nicht weiter rum Und verpieseln sich hier Während ich einen Toad Schaut Ich guck dir die Tür an Alter Hallo gehen sie jetzt weg hier Was macht denn der da Süd-of-Arms-Suspects So wir haben jetzt einen Einsatz Ich hoffe ich schaffe das schon alleine Sandy Shores Hallo Ich kann nicht fahren Ich kann nicht fahren Ich muss ja eben die Karre wechseln Und aufbauen Was das merke ich mal So das Ding abgestürzt Aber okay Dann würde ich sagen wir machen Das ist mal Schluss Weil es ist sowieso Eigentlich eine gute Zeit Um Schluss zu machen Jetzt schon Ich mache jetzt Schluss mit euch Ne Ich würde sagen Wir sehen uns in weiteren Folge Von LSBDFA Und da können wir jetzt noch zu Ende Ne der Kreis ist verbuggt Okay Okay Ja Macht glaube ich keinen Sinn Ich würde sagen Die Kollegen übernehmen ab hier Die Verfolgung Wir haben jetzt Schicht Ende Wir müssen aber unsere Karre Noch schnell auftanken Hier so Da Naja ich würde sagen Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt Wenn ja würde ich mich Über einen Like freuen Wenn nein würde ich mich Über ein bisschen like freuen Oder nicht so arg freuen Aber dann würde ich zumindest wissen Was ich Dass die Folge scheiße war In euren Augen Äh Und ansonsten würde ich sagen Oh ich kann eigentlich Ich kann tanken Alter So wir tanken mal eben auf hier So Haben aufgetankt Ähm Ja in dem Sinne würde ich sagen Bis zur nächsten Folge Haut rein Macht es gut Tschüss Jahrh makan Ja in dem Sinne vou Joاء Dann Es ist ja D Doch